Willkommen zurück bei Let's Play Star Wars in the Second Story. Ich bin Marsal15 und wir haben im letzten Part die ganzen Einzelaktionen gemacht, teilweise und sie auch endlich abgeschlossen. Und nun haben wir vor, Ashton zu helfen, die Drachen wieder loszuwerden. Dafür sollten wir nach Mars und hier sind wir. Jo, wir suchen Bücher. Und die sind hier hinten. Genau hier. So. Na, die habe ich schon geöffnet. So, wir haben hier einmal die Ursprünge der heraldischen Künstler, Volkssagen aus Mars und das Buch des Exorzismus. Exorzismus heißt auf Deutsch Austreibung, also würde ich mal sagen, dass wir das lesen müssen. Das Buch des Exorzismus. Wer von etwas mit einer anderen Gestalt besessen ist, lese dieses Buch. Hier ist es. Das ist es. Jo. Drum seid vorsichtig bei der Auswahl, je nach Art der dämonischen Besessenheit. Was mich angeht, ein Drache. Ein zweikäufiger Drache. Er, welcher von einem Drachendämon besessen ist, muss mit dem heiligen Silberkelch die im Himmel tanzten Tränen des Königs auffangen. Wo ist denn dieser Silberkelch zum Auffangen der Tränen? Der Silberkelch ruht im Körper der Mutter, umschlungen von der Hülle ruhigem Gewässers. Die Hülle ruhigem Gewässers? Kann das das Meer sein? Oder vielleicht ein See? Wenn es ein See ist, muss es sich um den See Kohl im Nordwesten des Kontinents kreuzhandeln. Aber ich verstehe den Bezug zum Körper der Mutter nicht. Ich frage mich, ob das wohl der Bergpalast ist. Er liegt in der Nähe des Sees Kohl. Wer die Tränen des Königs hält, stehe auf dem steilen Gipfel und fordere ihn stolz zum Kampf heraus. Bezieht sich das nicht auf einen Vogel oder so etwas ähnliches, das auf einem Berggipfel lebt? Im Westen von Kreuz sind die Lagos-Berge, in denen angeblich der Dämonenvogel leben soll. Und wer den König des Himmels besiegt, wird die Tränen auffangen. Und was dann? Man bringe diese an den Ort zurück, an dem der Drachendämon geboren wurde, und gieße die Tränen des Königs mit dem Silberkech in seinen Mund. Dabei singe man die in diesem Buch geschriebenen Worte. Und das wird mich befreien. Mit einem Schrei voll wilder Qual soll der Drachendämon aus der Welt scheiden. Da werden Gioru und Ururun sterben? Müssen wir so weit gehen? Und ist es dir egal, was aus mir wird? Das ist es nicht, aber... Sie werden sterben, nicht wahr? Ist das nicht fürchterlich? Hey! Immer auf die Kleinen! Schau, Gioru und Ururun sind traurig. Die kleinen Biester versuchen nach alter Taktik auf die Tränendüse zu drücken. Nun, das hilft in dieser Zeit nicht. Nein, wir haben endlich einen Weg gefunden, sie zu exorzieren. Ich werde das zu Ende bringen. Nun denn, gehen wir erst einmal zum Bergpalast und holen den Silberkech. Ohne ihn können wir die Tränen nicht auffangen. Armer Gioru und armer Ururun. Ja, jetzt wird Eschen erstmal noch schön ins Gewissen geredet. Ich kann mir Eschen nicht ohne Gioru und Ururun vorstellen. Eschen, ich hasse dich! Hasse dich! Hasse dich! Hm. Warum verhalten sich alle so? Bedauert ihr mich nicht? Nö, nicht wirklich. Der Bergpalast liegt im Nordwesten des Kontinentskreuzes. Jo. Alles klar, dann suchen wir den mal. Ähm. Ich bin der Meinung, dass ich noch irgendwas vorhatte. Ich weiß jetzt aber echt nicht mehr was. Ich habe es vollständig vergessen. Sehr schön. Ähm. Ja, wir gehen uns erstmal kurz heilen. Dann haben wir wieder ein bisschen Spezialbewegungen einsetzen können. Damit wir irgendwann mal die Tüchtigkeit richtig schön hochgeballert haben. So. Wir müssen nun zum Nordpalast, oder zum Bergpalast. Der ist, ähm. Ja, ihr wisst ja, wo es, wo Klick war. Und wenn man dort etwas vorzeitig nach links weiter geht, beziehungsweise nach Westen halt, und nicht über die Brücke drüber, kommt man zum Bergpalast. Das ist der rote Punkt, die jetzt, den der Pfeil unten auf der Karte jetzt in die Richtung zeigt. Der da ist es. Der da ist der Krieg. Ich werde gewinnen. Airslash! Airslash! So. Ich mache jetzt in den Kämpfen erstmal einfach nur Luftschnitt. Einfach damit die Tüchtigkeit hochgeht. Ich meine, viel MP verbraucht es nicht. Ich renne jetzt einfach mal nicht den Weg lang. Ich renne einfach hier lang. Ich hoffe mal, dass das ein kleines bisschen kürzer ist. Ich werde jetzt einmal ungefähr den Weg zeigen, wo es genau ist. Wir müssen dann aber allerdings noch mal nach Kreuz, nachdem wir dort waren, und dann wieder dahin. Und dann werde ich den Weg einfach rausschneiden, denn es ist doch ganz schön. Auch wenn die Kämpfe nicht allzu schwierig sind, so ist es doch relativ langweilig, da zuzuschauen. Deswegen werde ich das dann rausnehmen. Ähm, aber jetzt werde ich erst mal zeigen, wo genau der ist. Eureiko! Und nebenbei Airslash! Spammen! Airslash! Auch wenn ich nicht treffe. Doch, ich treffe sogar. Ha! Lass es mir! So. Wir müssen dann hier den Berg hoch. Hier wird es zudem noch dunkel. Hier ist ein schöner See. Und genau das hier ist auch der Bergpalast. Und da steht ein Wächter davor. Wir klauen uns aber erstmal den Kristall und die Lunatablette. Und dann quatschen wir den an. Keiner darf hier passieren ohne die Erlaubnis des Königs von Kreuz. Ja. Wir brauchen die Erlaubnis des Königs von Kreuz. Deswegen. Wir sehen uns, sobald ich in Kreuz bin. So, da sind wir in der Burg Kreuz. Und wir gehen gleich mal zu dem Empfang für die Audienz. Ähm. Wollt ihr noch eine Audienz? Geht bitte zur Treppe, die von den Soldaten bewacht wird. Ja, wir dürfen direkt hoch zum König. Noch eine Audienz. Tritt bitte ein. So, das geht jetzt alles ein bisschen schneller. Wir müssen uns nicht erst zum Schloss umsehen. Eure Majestät. Wir kommen mit einer Bitte. Und die lautet? Bitte gewährt uns die Erlaubnis, den Bergpalast zu betreten. Wozu? Wir müssen den Silberkelch bekommen, der im Bergpalast aufbewahrt wird, um den Fluch von unserem Freund zu heben, der ihm diese zwei Drachen angehext hat. Nun, wir können es euch eine Bitte natürlich nicht ablehnen. Aber denkt an das furchtbare Monster, das dort lebt. Nehmt euch in Acht. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es ohne Ashton war. Ähm. Aber man kann auf jeden Fall auch in den Bergpalast und auch die Erlaubnis des Königs bekommen dafür. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, ob man vorher da noch was machen muss. Oder ob man einfach nur dann zum König geht und sagt, ich will die Erlaubnis. Und da gibt's ja einen. Auf jeden Fall kann man, wenn man Acht nicht mitnimmt, da auch rein. Und das muss man auch, um etwas Bestimmtes zu machen. Nehmt bitte dieses Reisegeld. Beim ersten Mal haben wir 600 Voll bekommen, jetzt bekommen wir 3000 Voll. Das heißt, das Fünffache. Na ja. Danke eure Majestät. Diesmal beschwert sich keiner, dass das irgendwie viel zu viel ist, obwohl es das Fünffache ist von dem, was wir beim letzten Mal gekriegt haben. Aber es ist trotzdem Peanuts, da uns Pratis ja vorhin schon 19.000 geholt hat. Da ist 3000 dann auch nicht mehr zu viel. Ich kann das immer noch nicht fassen, dass die Pratis sich da um unsere Geldsorgen gekümmert hat. Also, Denne, ich werde zum Bergpalast gehen. Wir sehen uns dann dort. Bis gleich. So, da sind wir am Bergpalast. Und wir quatschen auch gleich mal den Soldaten an. Ich sehe, ihr habt die Erlaubnis des Königs von Kreuz. Bitte geht weiter. Ja, woher nur? Wir haben weder einen Pass noch irgendwie ein Schreiben gekriegt. Wir haben einfach nur gesagt, wir haben die Erlaubnis. So, dies ist jetzt ein relativ großes Labyrinth. Ich weiß den Weg jetzt auch nicht mehr auswendig. Ich werde einfach mal überall rumrennen. Ich will ja auch möglichst alles Zeug mitnehmen. Das heißt dann wahrscheinlich aber auch, dass wir eine ganze Weile hier drinnen rumhatschen werden. Aber das werde ich auch nicht cutten, denn wir sind hier immerhin in einer Höhle und die ist vielleicht etwas interessanter. Wenn ich mich nicht richtig entsinne, muss man immer möglichst nach Nordwest, äh Nordosten. Das sind ganz langsame Viecher, die aber sehr viel aushalten. Aber ich finde das gut, denn gegen die kann ich schon Luftschnitt spampen und die Tüchtigkeit hochzweigen, damit wir irgendwann die stärkere Version davon haben. Airflash! Airflash! Peakflash! Airflash! 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 Wir haben einen vollen Schreiben mit diesem! Wir haben eine Tüchtigkeit von 121, ich habe aber keine Ahnung, ab wann das dann gelb wird. So, rennen wir mal hier lang, dann rennen wir mal hier lang und ihr seht schon, die Räume wiederholen sich ziemlich. Manchmal zumindest. Und ja, wenn man Ash nicht mitnimmt, kann man auch hierher kommen. Und hier ist dann ein anderer Charakter, der sich dann anschließt. Den man aber halt, wie gesagt, nur kriegen kann, wenn Ash nicht dabei ist. Man sieht diesen Charakter dann hier rumlaufen. Ich kann ja auch schon sagen, wer es ist, denn wir werden sie nicht mehr bekommen und wahrscheinlich auch nicht sehen. Ihr Name ist Opera, sie hat eine Schusswaffe und ja, sie ist auch von einem anderen Planeten. Und sie sucht nach ihrem Mann hier auf diesem Planeten. Und aufgrund dessen schließt sie sich dann uns an, um auch mit dem Mann zu suchen. Und genau den finden wir dann auch später, Ernest. Und der würde sich dann auch der Gruppe anschließen. Aber wie gesagt, wir werden beide nicht bekommen, aufgrund, dass wir Ash nicht mitnehmen. Das heißt, das passiert dann einfach nur nichts. Das heißt, selbst wenn wir dorthin gehen, es passiert nichts. Also wir haben nicht mal die Möglichkeit, sie zu sehen oder sowas. Und sie sagt dann, nee, Ash nicht dabei, den mag ich nicht. Nein, sondern sie kommt einfach nicht. Man muss Ash nicht mitgenommen haben, damit sie auftaucht. Und sobald sie auftaucht, kann man auch das Ding mit Ash nicht mehr machen. Falls man ihn noch nicht gemacht hat. Das heißt, man kann dann nicht nach dem Drachen jagen. So, hier die stärkste Gegnerin ist, wie man sieht, diese Bogenschütze. Aber auch so stark ist sie nicht. Und ihr seht, wir kriegen nach dem Kampf auch schon MP. Nicht nur noch GP, sondern auch MP. Und das finde ich sehr schön. Ich werde nicht loswerden. Oh ja, hier sollt ihr aufpassen. Greift am besten erst mal die an, weil die hält nicht zu viel aus. Dann macht ihr besser erst mal die Viecher fertig, bevor die sich zigtausend mal teilen. Denn ich glaube, das sind jetzt die ersten, doch von der Art, die nicht nur vergiften, sondern auch versteinern oder leben können. Und das will man ja nicht. Ja, Pritzis steigt ein Level und lernt Maulwurf. Mal gucken. Bis jetzt hat sie ja immer Raketenschlag nicht eingesetzt. Immer nur der Hauptschritt. Raketenschlag ist, glaube ich, auch nicht so toll. Tun wir Maulwurf dafür rein. Mal schauen. Ja, da sie eh nicht viel MP hat, werden wir das wohl erst mal nicht sehen. So, hier sind noch mehr Drohnen. Fragezeichen, Schmuck. Überlebungstrunk. Ah ja, ich kann mal kurz gucken. Ja, im Identifizieren. Allerdings haben wir jetzt gerade nur drei Brillen. Das zeige ich jetzt mal. Wir machen jetzt einfach mal hier den Schmuck. Ja, man sieht schon, dass es klappt nicht. Man kann immer schon irgendwie vorhersagen, ob es klappt oder nicht. Wenn es sich am Anfang eine Weile lang nicht ändert, dann klappt es auf jeden Fall nicht. Aber das klappt jetzt. Diese Fragezeichenobjekte sind immer dasselbe. Das heißt, dieses Fragezeichen-Schmuck war immer ein Talisman. Man kann nur entweder es herausfinden, ob es einer ist oder nicht. Während du bei anderen Fertigkeiten, wie zum Beispiel Kochen, dort gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder du hast ein Fragezeichen-Essen, wo dann irgendein Essen drin ist, was du aber noch nicht weißt. Was aber als Fehlschlag gilt. Oder du hast halt wirklich einen Fehlschlag, wo dann irgendwelches ungenießbares Essen rauskommt, was dann entweder deine Leute verkifftet oder halt nur in einem MP heilt oder sowas ähnliches. So. Aber genau hier werden wir jetzt erstmal den Part beenden. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder hier an der Stelle. und werden diese Höhle weiter erkunden. Ich bin Maser15, das war Let's Play Star Wars und The Second Story. Bis zum nächsten Mal.